Seid begrüßt und willkommen zurück zu einem neuen Unboxing Video und zwar wieder ein Super Nintendo Spiel und falls ihr noch nicht die anderen Videos gesehen habt unbedingt da mal reinschalten und zwar das Unboxing Video von der Super Nintendo und das Unboxing von Zelda dort unbedingt mal reingucken es lohnt sich auf alle Fälle ok Paket heute abgeholt und zwar ein Spiel was ich unbedingt auch haben wollte auch wieder in praktisch in der CEB Edition also praktisch eine komplette Edition und diesmal war so dass das nicht gut war die Qualität auch nicht sehr gut sondern neuwertig ja und das gucken wir uns mal jetzt an ich würde sagen legen wir los und let's go und viel Spaß ok dann wollen wir mal dann können wir auch so machen bin auf jeden Fall mal gespannt wie das aussieht ok gut verpackt ok hier haben wir König der Löwen in einer super geilen Qualität und das werden wir uns jetzt mal angucken auch schön wieder mit dem Acryl ja und dem Spiel das wollte ich einfach haben ok jetzt geht es los finde ich auch geil mit dem Acryl da ist es wunderbar geschützt habe ich ja bei dem Zelda Spiel auch und unbedingt die Videos angucken von ähm super Nintendo Unboxing und unbedingt von Zelda es lohnt sich glaubt mir auch schön in Deutsch natürlich 6 Monate Garantie ich denke mal die Zeit ist abgelaufen so so zuerst mal das Modul sieht einwandfrei aus auch hier keine Kratzer keine Beschädigung keine Beschriftung keine Aufkleber das ist mir immer sehr sehr wichtig bei dem Module und das wird Speichern halt auch funktioniert wird zwar hier und heute ein kurzes Video aber ein sehr cooles Video ja wie immer hier die Verbraucherinformation ja und hier die Spielanleitung ist hier irgendwie noch original verpackt so aber es war schon mal offen weil jetzt haltet euch fest der originale Kassenbon ist einfach hier noch am Start und zwar in den Markt Walmart Supercenter immer niedrige Preise und zwar wurde damals in München gekauft vielen Dank für den Einkauf und zwar hat das Spiel damals 89 Mark gekostet hier wurde schon im Euro umgerechnet 45 Euro und 50 Cent 90 Mark gegeben und eine Mark hat er zurückbekommen und das war der 16.11.1999 und zwar um 16 Uhr 51 und 52 Sekunden wurde dieser Einkauf getätigt also mit Kassenbon ey das ist ja hat man nicht immer also ich hab letztes Mal ähm eine Verpackung gesehen auch in der CEB Edition und da war halt auch noch der originale Preis drauf und glaube bei Donkey Kong Badet und da stand im mit einem großen Preis von 149 Mark also die waren schon damals recht teuer man muss ja echt bisschen auch passen mit den auspacken Gameboy Gameboy Werbung also wenn man noch den Gameboy rankriegt würde ob jetzt nun im schwarz weiß oder äh der Color Gameboy den müsste man noch neu verschweißt bekommen aber das ähm kann man nicht bezahlen ey und hier hinten ist nochmal Nintendo 64 also das war schon damals eine geile Zeit seit mal überall und jederzeit spielbereit mit vier Batterien mit Lucky Luke und Donkey Kong Land 3 haben wir hier der legendäre Klassiker Achterbahnfahrt durch die Antike also alle Spiele kenne ich nicht aber ja das war schon echt äh eine Hammerzeit so dann ah das ist so gut drinne hier eigentlich gab ich keinen Bock das auszupacken den mag ich jetzt nur für euch so ihr kennt das Spiel hm wie frisch gedruckt die Spiel Anleitung Anleitung hoch hier alles unbeschriftet keine Malerei keine Notizen gar nichts hier drinne es ist einfach ähm wie neu Walt Disney der König der Löwen Inhalt vor Spielbeginn Einleitung Einleitung das Spiel übernehme die Steuerung der Titelbildschirm und so weiter und so fort ja gibt jetzt seit mal nicht viel zu sehen aber sieht soweit alles in Ordnung aus Willkommen im Club ja das ist auf jeden Fall ähm ne geile Sache und ich bin ja sowieso noch auf der Suche nach ähm Aladin Aladin in der CEB Edition und natürlich auch mit der ganzen Originalverpackung aber bei Aladin ist es echt wahnsinnig teuer ne Glodaby in guter Qualität komplett mit der Originalverpackung 300 Euro naja das ist einfach zu fett sag ich mal ähm das ist Wahnsinn wie hoch da die Preise sind und ähm bei Dschungelbuch bin ich auch auf der Suche auch mit Originalverpackung mit dem ganzen Krims Kram da habe ich was gesehen ich glaube 85 Euro oder 70 Euro wartet mal eigentlich auch gut gute Qualität sag ich mal ähm weil ich will nicht nur das Modul kaufen ja sag ich mal wenn jetzt einer Super Nintendo hat der sagt sich vielleicht mir reicht halt nur das Modul und ähm ähm ja kann man machen aber ich habe mir gesagt wenn ich es schon mache dann ja wirklich geil richtig machen ähm gleich mit Originalverpackung komplett und super krasse Qualität ja was man hat das hat man und das war gar nicht mal so teuer also gut das zählt dann das hat ein bisschen drin geritten aber das König der Löwen war das ein super Preis ich habe für diese Qualität für dieses Spiel mit Deutsch mit dem ganzen Inhalt 49,99 Euro bezahlt also 50 Euro für diese Qualität ich habe dann an den eben abends geguckt guckst du König der Löwen hat 50 Euro für äh weil ich die meisten Sachen gesehen habe für 150 130 170 190 50 Euro Warenkorb PayPal danke für den Einkauf Paket abgeholt Videomarken auf jeden Fall geil gelaufen ja auf jeden Fall bin ich noch auf der weiteren Suche ähm wann das nächste Video kommt wird wahrscheinlich ein bisschen dauern bis ich das Jungebuch habe oder diese Aladiner ähm ja da auf jeden Fall mal ein bisschen abwarten ja ich werde mal das König der Löwen testen ich habe jetzt vor kurzem das Batman getestet das Mario das Zelda läuft alles einwandfrei so muss das sein ja und ich hatte schon ähm Nintendo Module hier wo das einfach nicht funktioniert hat dann hatte ich immer kein Signal und ja dann hat mir einer gesagt ja wenn du kein Signal hast dann sind meistens die Module kaputt ja ich habe erst gedacht erst mein Adapter wäre kaputt oder die Nintendo wäre kaputt nein das war das Modul war kaputt das hatte wahrscheinlich irgendwelche Risse ja und ja habe ich es wieder zurück geschickt habe jetzt wieder neu geholt funktioniert einmal frei küsse ich ihn raus ja dann bedanke ich mich schon mal für die Zuschauen und wie gesagt schaut euch unbedingt die anderen Videos an es lohnt sich und falls ihr noch mehr Videos sehen wollt einfach auf meinen Kanal gucken abonnieren kommentieren liken oder auf meine Homepage mal vorbeigucken da sind auch weit über 70.000 Besucher schon einfach dort mal vorbeipimmeln es lohnt sich auf alle Fälle ja dann bedankt mich für die Zuschauen für das recht kurze Video und ja wünsche euch noch einen schönen Tag einen schönen Abend ein schönes Wochenende oder sogar eine schöne Woche kommt immer drauf an wann ihr euch das Video anguckt ja ganz ehrlich danke fürs Zuschauen und reingehauen bis dann bis dann 30 bis 2 bis zum 1 bis zum 1 primarily bis dann bis zum 1 bis zum 2 bis zum 2 bis zum 1